der gotteslästerliche organist zu stralsund bald nach der reformation lebte zu stralsund ein organist namens herr peter kohlen der ein großer lästerer des göttlichen wortes war denselben traf einmal für eine lästerung eine sehr harte strafe denn nachdem er im jahre auf heiligen drei königen tag des morgens in der kirche da er spielen sollte christus unser heiland das weltliche lied angestimmt und zum ärgerniß der gemeinde durchgespielt hatte ich sah den herrn von falkenstein aus seiner burg wohl reiten usw brannte ihm auf einmal noch an demselbigen abend zwischen acht und neun uhr sein ganzes haus ab daß dies eine rechte strafe gottes gerade für ihn war konnte man daraus ersehen daß das feuer bloß ihn traf und sonst nicht weiter um sich griff sage 111 der teufel in der nikolai kirche in stralsund im jahre 1528 lebte zu stralsund eine magd so vom bösen geiste besessen war sie war bisher immer eine stille und ordentliche person gewesen auf einmal aber da sie eines tages in der küche kessel und krabben von der wand nehmen wollte selbige zu scheuern warf sie die herab auf die erde saß sehr gräulich und rief mit lauter stimme ich will heraus man vermerkte darauf die gelegenheit daß sie vom teufel besessen wäre ihre mutter nahm sidero halben zu sich und sie wurde etliche male auf einem schritten in die st nikolauskirche geführt den bösen geist von ihr auszutreiben wann die predigt beendigt war ward er beschworen da befand es sich denn aus seiner bekenntnis dass die mutter der magd einmal auf dem markte einen frischen sauren käse gekauft den sie in den schrank gesetzt hatte die magd war in abwesenheit ihrer mutter an den schrank gekommen und hatte von dem käse ein gut teil gegessen als nun nachher die mutter das gesehen hat sie demjenigen der bei dem käse gewesen den bösen geist in den leib geflucht von stund an hat dieser in der magd haus gehalten nur war es sonderbar daß die magd seither zum heiligen abendmahl gegangen war als man den teufel hierüber befragte hat er zur antwort gegeben es liege wohl manchmal ein schalk unter der brücke und lasse einen frommen mann über sich hingehen während die magd das abendmahl genossen hat er ihr unter der zunge gesessen selbiger böser geist konnte lange zeit nicht aus der magd herausgebannt werden denn ob zwar er viel von dem prediger beschworen wurde auch männiglich in der kirche auf die knie gefallen und fleißig und andächtig gebetet so hat er doch mit dem austreiben nichts als spott und kurzweil getrieben so hat er oft gesagt ja er wolle weichen er müsse auch wohl räumen aber er hat allerlei gefordert ihm zu erlauben daß er es mitnehmen dürfe wenn ihm dann das eine abgeschlagen wurde so hatte er gleich das andere bei der hand es stand einer in der kirchen der den hut aufbehalten hatte da forderte er von dem prediger daß er den hut dem menschen vom kopfe nehmen und mit sich führen dürfe aber der prediger trug mit recht sorge wenn er ihm den hut gestattet so hätten mit dem hute auch haut und haar davon gehen müssen letztlich aber als er vermerkte daß seine zeit verflossen und unser herrgott das gebet der leute gnädiglich erhöret forderte er spöttisch eine scheibe aus dem fenster über der turmuhr die wurde ihm verstattet und nun sah man alsbald wie mit einem großen klange die raute sich aus dem fenster gelöset und mit dem teufel davon geflogen ist nach der zeit hat man nichts böses weiter bei der markt verspüret welche auf einem dorfe einen mann bekommen von dem sie viele kinder gezeuget sage 112 der blutregen in stralsund am 16 junius des jahres 1597 fiel in und bei der stadt stralsund über nacht ein starker blutregen man fand am anderen morgen besonders in etlichen gärten vor dem frankentore die bäume kräuter laub und grasmittigen blutstropfen bedeckt und da wo kein gras gestanden die erde mit blut besprengt und gefärbt auch ein bettkissen welches über nacht in einem garten liegen geblieben war fand man voller blutstropfen und als man die auswaschen wollte zerteilten sie sich in kleine kreuze so aus dem zeuge nicht herauszukriegen das merkwürdigste aber war daß die fischer aus dem grunde des wassers steine heraufzogen auf denen blutstropfen waren die also nicht einmal von dem wasser darin sie gelegen hatten können abgespült werden am dritten juli desselben jahres regnete es abermals blut in stralsund zum glück hat man keine bedeutung dieser schrecklichen zeichen verspüren können sage 113 der kalanz urnaht zu stralsund auf der achtmannskammer zu stralsund befinden sich zwei schränke die kalanz schränke geheißen sie stammen aus der zeit in welcher zu stralsund sich eine kalanzbrüderschaft befand der sie gehört haben beide schränke sind von mittlerer größe mit doppelten türen und ruhen auf tischhohen füßen die türen sind auswendig bemalt auf der einen steht ein mann in vollem priesterornate mit einem buche unter dem linken arm die rechte hand zum segensprechen aufgehoben auf der anderen ist ein mann in weltlicher kleidung abgebildet einen speerähnlichen stab in der hand und vor sich einen knaben der ein buch hält in diesen schränken liegen zwei chorhemden ein messgewand eine mütze ein kalanzbeutel und ein kleines feingesticktes kissen an den enden wie eine bratwurst zusammengebunden die chorhemden und das meßgewand sind von starker schwerer seide und reich mit gold in gestalt von allerlei künstlichen figuren durchwirkt auf dem einen hemde ist in dieser art der erlöse am kreuze mit den aposteln dargestellt die mütze ist von geblümtem seidenen zeuge an beiden seiden aufgeschlagen und glatt an den kopf anschließend der beutel ist reich gestickt er diente zum tragen des gebetbuchs weshalb er auch gewöhnlich boxbeutel genannt wurde das alles ist das ornat eines ehemaligen kalanzbruders warum es in den schränken noch aufbewahrt wird weiß man nicht mehr aber so viel ist gewiss dass es eine besondere bewandtnis damit haben muss und dass keiner ungestraft damit seinen spott treiben darf das hat vor mehreren jahren ein bürgermeister in stralsund erfahren der begleitete sich einst aus übermut mit diesem ornate ungeachtet ihn alle warnten und ihm vorhersagen es werde ein unglück daraus entstehen denn ein bürgermeister von stralsund ist etwas übermütiger natur aber am anderen morgen fand man ihn tot in seinem bette die arme reiche frau vor vielen jahren lebte in der stadt stralsund ein kaufmann und ratsverwandter namens wolf wolflamm derselbe war so reich dass man seinesgleichen an der see nicht gefunden hat aber er war auch hochmütig und verschwenderisch also dass er eine schaubank von silber hielt und an seinem brautage von seinem hause bis zur kirche das feinste englische tuch auf die straße legen ließ und darauf zur kirche ging besonders aber hat sein weib sich herrlich gehalten und weit mehr als ihrem stande gemäß dafür traf sie der zorn des himmels denn nachdem ihr mann wolf wolflamm in seinem reichtum gar zu übermüthig und trotzig geworden und des halben in einem streit von einem von zaum auf dem kirchhofe zu bergen in rügen erschlagen war wurde sie so zersam und liederlich und ergab sich aller art der verschwendung und völlerei daß sie alles durchbrachte bis auf eine silberne schale diese hat sie nicht verkaufen wollen damit sie doch etwas von ihrem folgen glanze und vermögen behielte mit dieser schale hat sie zuletzt müssen betteln gehen bis sie in dem größten elend und armut verstarb bei dem betteln hat sie die worte im gebrauch gehabt man solle der armen reichen frau doch um gottes willen ein stück brot geben darum hat sie solchen namen erhalten sie soll gewohnt haben bei dem alten magte in dem hause da vor vielen jahren noch der gemalte gang an das haus gebaut war man sagt auch von ihr daß sie nur das feinste und weiste regaische flachs auf dem heimlichen gemache gebraucht habe wie sie nun in ihr großes elend geraten war da hat sie einstmals ihre frühere dienst magt um gottes willen angerufen sie möge ihr leinentuch zu einem hemde schenken in dem sie ein solches nicht mehr auf dem leibe gehabt die magt hat ihr dasselbe auch gebracht dabei aber gesagt sehet frau das garn davon dieses leinen gemacht habe ich von dem flachs aufgehoben das ihr so sündhaft auf dem gemache zu brauchen pflegtet sage 115 die straßenbeleuchtung in stralsund die straßen der stadt stralsund die doch zum großen teil finster und enge genug sind wurden in früheren zeiten auch an den dunkelsten abenden nicht erleuchtet und das schlimmste war dass die leute wenn sie des abends ausgingen auch nicht einmal laternen mitnahmen solches unwesen wollte der prinz von hessenstein als derselbe generalgouverneur von stralsund geworden war nicht ferner dulden in gutem konnte er nichts ausrichten er befahl daher dass jeder der nach sonnenuntergange auf der straße gehe eine laterne bei sich tragen solle wenn es auch heller monschein sei wer dem befehle zuwider handele solle auf die wache gebracht werden die strahlshunder wollen aber schon seit uralten zeiten sich nur von ihrem rate befehlen lassen und weil der general sich an diesen nicht gewandt hatte so war der erfolg dass zwar alle leute mit laternen gingen aber kein licht darin hatten nun befahl der general man solle mit laternen gehen und auch ein licht darin haben auch dies geschah pünktlich aber es hatte keiner das licht angezündet der erzürnte fürst befahl darauf daß man auch das licht in der laterne anzünden solle aber jetzt trugen die leute ihre laternen unter den mänteln oder sie steckten lichterchen an so klein wie johanniswürmchen oder sie trieben sonst allerlei spott bis sich zuletzt der rat ins mittel legte sage 116 der name greifswald man hat viele verschiedene erzählungen darüber woher der name greifswald stammen möge sowie das wappen der stadt welches in einem greife besteht einige meinen es hätten in alten zeiten als der rückfluss an welchem die stadt liegt schiffbar gewesen an der stelle der jetzigen stadt viele seeräuber gewohnt und weil nun auf gotisch ein seeräuber griffe oder krippe heiße so habe die stadt davon ihren namen bekommen andere sagen in der gegend wo jetzt die stadt stehe habe früher ein altes adeliges geschlecht gewohnt welches kribes geheißen und welches wegen seiner vielen räubereien zuletzt ausgerottet sei weil nun ein teil von dem walde in welchem nachher die stadt erbauet dieser familie zugehöret so habe man die stadt kribeswald und später greifswald genannt noch andere erzählen sich folgende geschichte an der stelle wo gegenwärtig die stadt greifswald liegt war vor zeiten ein großer dichter wald rund um demselben war alles wüst und unbebaut und es blührte nur die gegend um das kloster eldenar welches nicht weit von dem ausflusse des rücks in die see liegt die mönche dieses klosters wollten dazu mal eine stadt anlegen die zwar nicht weit von dem kloster aber besser im lande liegen sollte sie schickten daher zu einer zeit einige leute aus die einen guten platz für die stadt suchen sollten diese gingen immer dem rückfluss hinauf bis sie nach einer weile an eine schöne stelle gelangten welche ihnen gar herrlich düngte um all da die stadt anzulegen sie begaben sich daher um den platz genauer zu untersuchen von dem ufer des flusses ab seitwärts in den wald hinein der sich dort befand auf einmal fanden sie daselbst auf einem abgebrochenen baumstamm ein nest in welchem ein großer vierfüßiger greif mit einem doppelten schwanze saß und brütete dies schien den abgeordneten des klosters ein gutes zeichen zu sein und es wurde nun um so mehr beschlossen an dieser stelle die stadt zu erbauen welches auch geschah der platz wo man das greifennest gefunden ist in dem theile der stadt gewesen welcher jetzt der schuhhagen heißt und welcher bekanntlich die älteste gegend der stadt ist hier sind von den ältesten zeiten her viele schreckliche geschichten vorgefallen und es ist auch jetzt noch immer nicht sicher daselbst früher hat der vertriebene greif noch manches kind da geholt und gefressen späterhin hat man da allerlei fürchterliche gestalten gesehen bald ging des nachts ein großes weib herum mit einem bunten schlüssel womit es rasselte und eine herde ferkel vor sich hertrieb bald sah man ein anderes frauenzimmer mit einer herde schneeweißer gänse bald setzte sich dort ein schwarzer rappe manchmal auch ein weißer schimmel den leuten auf die schultern und drückte sie daß ihnen das blut aus mund und nase kam abschnitt 21 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus theme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 117 der rechtsspruch zu greifswald in dem jahre 1451 hat sich zum greifswalde ein sehr seltsamer und erbärmlicher fall begeben es lebte da selbst ein knochenhauer der etliche kleine kinder hatte darunter waren zwei knaben der eine drei der andere vier jahre alt diese hatten oft gesehen wie ihr vater das vieh schlachtete und spielten daher wohl zusammen daß der älteste zu dem jüngsten sagte er solle sich hinsetzen so wolle er den ochsen schlachten welches das kind dann getan und hat es der älteste mit der faust umgestoßen also hatten sie ihr spiel gehabt da hat sich aber einmal zugetragen dass niemand zur hand und die kinder allein gewesen und wie sie so spielten hat der älteste zu dem jüngeren gesagt ei das puffet nicht und ungefähr liegt nicht weiter von ein beil das holet er sich und sagt brüderchen das soll puffen und schlägt das kind mit dem beil vor den kopf daß es von stund an tod bleibt den eltern war das ein großes herzeleid sie wurden aber noch bekümmerter als der rat das kind wiederum hat wollen töten lassen weil es menschenblut vergossen sie baten und flehten bei dem rat und stellten vor es sei ihnen jammer genug daß sie das eine kind verloren hätten sollten sie nun auch noch das andere verlieren das könne ihr herz nicht aushalten darüber geriet denn der rat in große sorge weil er doch auch der gerechtigkeit wollte ihren lauf lassen zuletzt aber beschloss er zu versuchen ob denn das kind wohl die gefahr verstände die es an dem bruder geübt derohalben scherzten sie mit ihm und sagten es solle sie setzen man wolle ihm den ochsen schlachten wie es einem brüderchen getan da verstand das kind kein böses und setzte sich hin darum ließen sie es am leben sage 118 der wettlauf um das opfergeld vor der stadt greifswald stand erdem eine kapelle so der heiligen gertrud geweiht war einst mal war das fest der heiligen gefeiert und es waren von den gläubigen viele und reiche gaben eingekommen diese lagen noch auf dem hochaltar ausgebreitet wo sie der priester welcher bei der kapelle angestellt war einsammeln sollte um sie zu dem gotteskasten abzuliefern wie dieser priester nun aber nach beendigtem feste ganz allein in der kirche war da fasste ihn der schnöde geiz und ertrachtete die frommen gaben sich anzueignen er nahm deshalb weil er zugleich ein frecher übermütiger gesell war das bild der heiligen von dem altare auf welchem es hing und stellte es an den eingang der kapelle dem hochaltare gegenüber dann sprach er zu den bilden nun wollen wir in die wette laufen und wer von uns beiden der erste bei dem altare ist dem sollen alle die gaben zu eigen sein nachdem er die worte gesprochen fing er an zu laufen aber auf einmal erhob sich auch das bild und lief neben ihm vorbei und war früher wieder an seinem platze auf dem altare als der priester nur bis mitten in die kapelle gekommen war den geizigen menschen erschreckte dies wunder aber nicht er wurde vielmehr zornig und nahm das bild wieder von seinem platze und stellte es wieder an den eingang der kapelle und lief abermals mit ihm zur wette nach den gaben doch das bild war noch geschwinder auf seiner alten stelle denn das erste mal auch das konnte den schlechten gesellen nicht bessern er nahm das bild zum dritten male vom altar stellte es an die tür und forderte es mit höhnischen worten auf noch einmal mit ihm den wettlauf zu machen darauf lief er wieder und diesmal blieb er der sieger denn das bild der heiligen erhob sich nicht von seiner stelle und in seinen augen sah man helle tränen über die bosheit der menschen der priester nahm nun alle opfer die da lagen und trug sie nach seinem hause aber schon in der nächsten nacht wurde er plötzlich krank und legte sich hin und war in drei tagen tot er wurde begraben draußen auf dem gertruten kirchhof dicht bei der kapelle wie nun die nächste mitternacht gekommen war da erschien auf einmal der teufel auf dem kirchhofe der klopfte an das grab des priesters und rief ihm zu stehe auf du pfaff und mache doch mit mir den wettlauf da hatte der tote keine ruhe mehr im sage und er musste aufstehen und als er aus dem grabe hervor stieg da packte ihn der böse feind mit glühenden krallen an um ihn vorzuziehen in sein höllisches reich in seiner großen herzesangst versuchte der geistliche zwar die tür der kapelle zu erfassen vermeinend dass die heilige ihn schützen solle aber es half ihm nichts der teufel zehrte ihn fort an der kapelle vorbei über die kirchhofsmauer hinweg und entführte ihn unter schrecklichem sturm und unwetter der müller auf der benachbarten windmühle hatte das angesehen er machte am anderen tage dem rat die anzeige und wie man nun hinging so fand man die spuren wie der unglückliche in die tür der kapelle und in die mauer des kirchhofes hinein gegriffen hatte die finger waren in dem harten gestein und holze deutlich abgedrückt auch die fußstapfen des teufels sah man tief in die erde getreten und wie das gras ringsherum versenkt war all diese spuren sind geblieben und die stellen wo der teufel getreten sind niemals wieder mit gras bewachsen bis nachher die ganze kapelle mit dem kirchhof verschüttet ist das nordfenster auf dem nikolaithurme zu greifswald der wächter oben auf dem st nikolaithurme in greifswald muß des nachts die stunden durch blasen anzeigen er bläst aber nur aus drei fenstern des turmes nämlich aus denen nach süden osten und westen aus dem nach norden darf er nicht blasen das leidet der teufel nicht was dieser dabei hat da hat man noch nicht hinter kommen können aber so viel ist gewiss dass der teufel einmal einen wächter der es wagte aus dem nordfenster zu blasen plötzlich im nacken ergriff und ihn von oben aus dem hohen fenster warf dass er kopfunter kopfüber flog und unten auf der straße tot ankam seitdem hat es keiner wieder versucht aus dem fenster zu blasen der magistrat soll es auch verboten haben wenn der wächter in der nacht nur den kopf aus diesem fenster zu stecken wagt so kann er sicher darauf rechnen daß er vom teufel eine ohrfeige erhält sage 120 hans katte die stralsunder führen in der umgegend häufig den spottnamen hans katte manche meinen er komme von der gewohnheit des katzen beißens in den fastnachten her doch ist er durch folgende begebenheit entstanden vor langen jahren entstand auf einmal in der stadt das gerücht dass auf dem st niklaus kirchturme ein fuchs sei darauf liefen alle bürger zusammen und bewaffneten sich mit spießen und schwertern und allerlei anderen waffen und zogen zu felde gegen den fuchs als wenn es ein gar gefährlicher feind wäre wie sie nun aber in dem turme ankamen und hinter dem feinde lange zeit gejagt hatten da fanden sie endlich dass sie gegen eine ganz gewöhnliche katze zu felde gezogen waren die auf dem turme hatte mausen wollten die sache wurde ruchtbar und die stralsunder erhielten nun von dieser verunglückten heldentat den spottnamen hans katte herzog philipp julius wenn er über die stralsunder ungehalten war pflegte zu sagen wir wollen doch sehen ob die greifsklauen nicht tiefer greifen denn die katzen klauen sage 121 greifswalder lamsbraten auch die greifswalder haben ihren spottnamen in der umgegend und der ist auf folgende weise entstanden im jahre 1429 kam die königin philippa von dänemark mit einer großen flotte unvermutet vor stralsund und verbrannte alle stralsunderschiffe im hafen von da schickte sie ihren admiral mit 75 schiffen nach greifswald als das die greifswalder erfuhren gerieten sie in sehr große angst und liefen zusammen und berieten unter sich was sie beginnen sollten um ein gleiches verderben wie die stralsunder betroffen hatte von sich abzuhalten da kamen sie denn zuletzt in ihrer angst auf den gedanken dem admiral einen lamsbraten zu schicken um ihn dadurch zu besänftigen und für die gute stadt geneigt zu machen davon bekamen sie bald den spottnamen lamsbraten den schlimmsten spottnamen haben die admiral erhalten der herzog hatte einmal einen brief an die stadt geschrieben worin er von dieser ein paar schwäne verlangte die anklammer mochten aber nicht gut lesen können und verstanden sie sollten dem herzoge ein paar schweine schicken sie suchten daher zwei dieser tiere auf so groß und wohl gemästet sie dieselben nur auftreiben konnten die schickten sie dem herzoge zu sie bekamen aber davon den beinamen schwineträger die einwohner der stadt küsslin haben in früheren zeiten mehrere spitznamen gehabt so sagte man eine zeitlang horsa küsslin weil sie einmal gegen ihren landesherrn bogislav x zwar einen mutigen aber unbesonnenen angriff gemacht hatten dann schimpfte man sie wieder muß um küsslin oder muß küsslin weil ihr bürgermeister heidenreich ihnen den ratsschatz mausete und damit nach lübeck entwich der lübecker rat aber den schatz in beschlag genommen und davon einen festen turm gebaut hat den man dort muß um küsslin genannt zuletzt gab man ihnen den spottnamen sachs höfers den sie behalten haben denn zur zeit der reformation lebte in küsslin ein katholischer barbier der hatte eines tages etwas zu viel getrunken und drängte sich nun um den gottesdienst zu stören mit einem glas brandwein in der hand und mit einer quakenden ente unter dem arm in die kirche hinein darüber gerieten die küssliner so in eifer daß sie ihn in einen sack näherten und so lebendig erseuften davon bekamen sie den namen man sagt hiervon auch küsslin darf eine torheit tun und darf sie auch bezahlen denn der eifer gegen den barbier kostete ihnen 4000 gulden sage 124 pok und kollen die bewohner von putbus und der gegend belegen die einwohner der halbinsel mönchgut mit dem spottnamen pok wogegen der mönchguter den putbusser einen kollen schimpft diese spottnamen stammen noch aus ganz alten zeiten her als die rückianer untereinander in vielen fäden lebten in diesen fäden hatten die mönchguter große scharfe messer geführt welche pogen genannt wurden die putbusser aber waren mit streitkolben bewaffnet gewesen welche kurzweckkollen genannt zu werden pflegten sage 125 der hochgelobte adel unter den reichen bürgern der pommerschen städte geht ein sprichwort welches scherzweise sagt dafür haben wir den hochgelobten adel man erzählt sich dabei folgende geschichte es lebte einmal in pommern ein armes ehepaar von altem adel die reiseten eines tages zu fuße und kamen in ein wirtshaus wo sie sich hinter den ofen setzten und ihre reisekost verzehrten die bestand aus trockenem brote und etwas knapp käse bald danach kam eine kutsche darin saß ein reiches ehepaar aus dem bürgerstande die kehrten gleichfalls in dem wirtshause ein und ließen durch ihren bedienten sich den speisekasten für die reise nachtragen darin waren aber kalte braten kuchen wein und mehr dergleichen das verzehrten sie an einem tische den sie sich sauber decken ließen als solches der arme edelmann am ofen gesehen hat er voll neides zu seiner frau gesagt seht was ich das bürgerpakt traktieren kann den hat die edelfrau aber getröstet mit den worten dafür haben wir doch den hochgelobten adel daher ist jenes sprichwort entstanden ende von abschnitt 21 abschnitt 22 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus timme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 126 das neue tief die insel rügen war früher mit dem festen lande verbunden die jetzige halbinsel rügens das mönchgut genannt soll nämlich mit pommern zusammengehangen haben manche sagen zwar es sei schon in den ältesten zeiten davon getrennt gewesen aber es war dies nur durch einen schmalen strom der soll wie einige leute sagen so schmal gewesen sein daß zur noth ein mann herüberspringen konnte andere dagegen behaupten er sei wohl etwas breiter gewesen aber gar nicht tief so daß man dadurch einen steg von pferdeschädeln und anderen knochen gemacht habe über den man von pommern nach rügen habe gehen können so viel ist gewiß daß da wo jetzt das neue tief ist vordem das trockene land von rügen war man kann noch jetzt bei niedrigem und stillem wasser unten auf dem grunde des meeres an einigen stellen eichen und tannenbäume erblicken das wurde nun auf einmal anders in einer einzigen nacht im anfang des 14 jahrhunderts man kann nicht einig darüber werden ob es in den jahren 1302 oder 1303 oder 1308 oder 1309 gewesen ist in einem dieser jahre soll es aber sicher vorgefallen sein da entstand ein schrecklicher sturmwind der durch die ganze ostsee ging so daß er an allen ihren küsten entlang die kirchen und häuser einwarf der riß auch mit einem male das land zu rügen von pommern ab also daß ein schöner teil rügens in die see versank da wo sie der große bodden heißt zwei ganze kirchspiele sollen hier vergraben liegen das von ruten und das von karven es blieb davon nichts übrig als das kleine inselchen der ruten genannt welches mitten im bodden liegt das fahrwasser welches auf solche weise zwischen diesem ruten und der insel rügen entstanden ist hat man seitdem das neue tief geheißen dasselbe ist besonders ein gutes tief für die stralsunder geworden denn nachdem der gellen vor dem sunde von den niederländern mit ihrem ballast fast vertieft geworden wäre die stadt gar verdorben wenn sie das neue tief nicht hätte sage 127 die insel hiddensee nordwestlich von der insel rügen liegt die insel hiddensee dieselbe hat in alten zeiten mit der insel rügen zusammengehangen in welcher zeit sie davon getrennt ist weiß kein mensch mehr so lange ist es schon her aber auf welche weise es geschehen ist das erzählt man sich noch es lebten nämlich einmal in ganz grauen altertum auf der insel rügen zwei frauen von denen war die eine eine fromme und mildtätige die andere aber eine böse und geizige nun traf es sich dass eines abends da es ein gar stürmisches wetter war zu der bösen frau ein alter fremder mann kam der sah hungrig und zerlummt aus wie ein bettler und war von frost und regen beinahe erstarrt einige sagen es sei einer von den chorweiher mönchen gewesen denen damals die insel rügen gehörte der bat die frau sie möge ihm ein nachtquartier geben in ihrem hause und ein stücklein brot damit er sich wieder trocknen könne und nicht verhungern müsse das geizige weib aber wollte nichts von dem bettler wissen schallte ihn und jagte ihn mit bösen worten wieder in das unwetter hinaus darauf kam der alte fremde mann zu der frommen frau und als er bei dieser seine bitte anbrachte da nahm sie ihn gleich mildtätig auf und pflegte sein und teilte mit ihm ihren letzten bissen brot denn sie war arm und hatte selbst nicht viel daran erlaubte sich der mann und wurde wieder stark und rüstig und man sah dass er seine rechte freude hatte als nun der alte mann am anderen morgen wieder von dannen zog so dankte er ihr vielmals für die wohltat die sie ihm er zeigt und sprach zu ihr sie solle das auch nicht umsonst getan haben denn das erste was sie nun unternehmen werde das solle ihr den ganzen tag gelingen damit schied er die frau aber freute sich dass sie ein gutes werk getan habe und dachte der worte des alten mannes nicht weiter nach denn sie hielt ihn für einen schlichten bettler desselbigen morgens hatte sie für eines ihrer kinder ein hemde zu machen sie ging deshalb an ihren koffer in welchem sie noch ein kleines röllchen leinwand liegen hatte und nahm eine elle mit um zu messen ob es auch noch drei ellen wären denn so viel hatte sie zu dem hemde nötig wie sie nun aber anfing zu messen so fand sie dass es mehr war denn sie hatte schon die drei ellen abgemessen und noch immer wollte das röllchen nicht kleiner werden darüber verwunderte sie sich und sie wollte doch sehen wie viel leinwand sie denn eigentlich noch hätte sie maß deshalb weiter nochmals drei ellen und wiederum so viel und die leinwand wollte noch immer nicht zu ende gehen und das wunderbarste war daß sie immer weiter messen mußte und gar nicht aufhören konnte auch wenn sie es gewollt hätte so mußte sie denn stehen und messen den ganzen tag und sie entsann sich nun der worte des alten mannes den sie für einen bettler gehalten hatte sie maß also lustig und fröhlich weiter denn der berg von leinewand den sie abmaß wurde immer größer und größer daß im haus kein platz mehr dafür war und sie zuletzt bis vor die tür und weit in das feld hinein messen mußte alles von dem einen röllchen das in ihrem koffer gelegen hatte das dauerte bis die sonne unterging da erst konnte sie aufhören nun war sie aber auch eine reiche frau die geschichte wurde bald bekannt und auch die geizige frau erfuhr sie die ärgerte sich recht boshaft in ihrem sinne sie hatte aber den alten bettler weggehen sehen und sich die gegend gemerkt in die er gegangen war der geiz und der neid trieb sie daher daß sie ihm nachlief so böses wetter es auch war sie fand ihn wirklich noch auf der insel denn bei dem sturme hatte ihn keiner übersetzen mögen sie redete ihn als bald mit heuchlerischen worten an und bat ihn um verzeihung daß sie ihn des vorigen abends nicht aufgenommen und lud ihn ein daß er für die folgende nacht in ihrem hause sein quartier nehmen möge der alte mann war das zufrieden und kehrte mit ihr heim und sie pflegte sein und gab ihm vom besten was sie hatte denn sie dachte in ihrem heuchlerischen sinne dass er auch zu ihr sagen werde das erste was sie unternehme das werde ihr den ganzen tag gelingen und sie wollte sich dann schon eine arbeit aussuchen die sie auf einmal zu der reichsten frau in der welt machen sollte der alte mann ließ sich alles wohl gefallen und als er am anderen morgen wieder weiter zog da dankte er auch ihr und sprach zu ihr wie zu der frommen frau das erste was sie nun unternehmen werde das solle ihr den ganzen tag gelingen darüber freute das böse weib sich gar übermäßig und so wie der mann fort war hatte sie sich auch schon etwas ausgedacht was sie nun vornehme und wodurch sie eine ganz reiche frau werden wollte sie wollte nämlich das geld in ihrem spartopfe zählen damit sie darin aber nicht gestört werde sondern ruhig den ganzen tag dabei bleiben könne ging sie erst vor die tür um einem antriebe der natur zu genügen aber welch ein wunder geschah da so wie sie sich einmal niedergehuckt hatte konnte sie nicht wieder aufstehen und sie mußte den ganzen tag fortfahren in dem was sie begonnen hatte dadurch entstand ein see der immer größer wurde und zuletzt so groß daß er alles land überschwemmte und das stück landes welches jetzt die insel hittensee heißt von dem lande rügen abtrennte erst als die sonne unterging konnte die geizige frau zur ruhe kommen also ist die insel hittensee entstanden die insel rattenort westlich von der insel rügen liegt eine kleine insel umans geheißen und südlich von dieser das noch kleinere inselchen rattenort von dieser letzteren erzählt man sich folgendes vor alters waren zu einer zeit auf der insel umans so viele ratten daß die einwohner sich zuletzt ihrer gar nicht mehr erwehren konnten da erschien ein fremder rattenfänger auf der insel der hat für ein gutes stück geld alle ratten zusammen gelockt und bei dem durfe wuß durch das wasser nach der insel vertrieben die seitdem den namen rattenort erhalten hat auf umans befinden sich seit jener zeit keine ratzen mehr so wie es auf der rügschen halbinsel wittow keinen maulwurf geben soll sage 129 die bewohner des dars der dars eine zu pommern gehörige halbinsel war in früheren zeiten unbewohnt da soll einstmals ein englisches schiff an der küste gestrandet sein die besatzung des schiffes rittete sich glücklich ans land und es gefiel den engländern da so gut da sie sich da selbst ansiedelten die darser behaupten daher dass sie von diesen engländern abstammen sie haben auch alle englische namen zum beispiel wallace brose craft newman usw sage 130 die strandbewohner in hinterpommern in vielen hinterpommerschen dörfern an der ostsee haben die bewohner eine alte sage die aus den ältesten zeiten von dem vater auf den sohn übergegangen ist dass nämlich ihre stammeltern auf drei schiffen in die gegend gekommen wären und sich dort niedergelassen hätten diese sage ist namentlich in den fischerdörfern in der gegend von rügenwalde und von kolberg und in dem dorfennest im kirchspielmüllen sage 131 der name demmin bei der stadt demmin liegt die ruine einer alten burg welche noch jetzt das haus demmin heißt dieser name ist auf folgende weise entstanden die burg ist vor alten zeiten von drei oder wie andere erzählen von zwei prinzessinnen erbauet worden die versicherten sich gegenseitig ihr miteigenthum mit den worten dat hus ist din und min darum nannte man es zuerst das hus din im woraus nachmalen der name haus demmin entstanden ist nach der zeit wurde nahe dabei eine stadt erbauet welche nun auch von der burg den namen demmin erhielt sage 132 der name usedom dieser name ist auf folgende weise entstanden vor zeiten lebte auf der insel wollin ein fürst der auch die benachbarte insel welche damals noch keine namen führte gern unter seine botmäßigkeit bringen wollte er fing deshalb krieg mit ihren bewohnern an die sich aber tapfer wehrten zuletzt des streites müde bot er ihnen den frieden unter sehr billigen bedingungen und wie sie den nicht annehmen wollten rief er aus osedom um anzuzeigen wie dumm er die leute erachtete von der zeit hießen die bewohner der insel zuerst die osedommer und nachher die usedommer eine andere sage berichtet hierüber folgendes zu alten zeiten als die insel noch keinen namen hatte aber schon viel volks darauf wohnte dachten die leute daran dass sie ihrem lande doch einen namen geben müssten sie kamen deshalb alle an einem ort zusammen und machten unter sich aus daß nach dem ersten worte so einer von ihnen spräche die insel benannt werden sollte indem sie des dafürhaltens waren auf solche weise einen recht hübschen namen zu erhalten wie sie aber so beisammen waren da wollte keinem ein gutes wort einfallen und sie standen alle still und stumm darüber ärgerte sich ein alter mann unter ihnen also daß er sich vergaß und plötzlich ausrief osedom damit auszudrücken wie dumm sie doch wären daß keiner einen namen finden könne also mussten sie nun selbst sich die osedommer nennen woraus nachher usedommer geworden ist sage der name swinemünde in alten zeiten sind die beiden inseln usedom und wohlin nur eine einzige insel gewesen und der jetzige swinestrom hat sich erst nach und nach gebildet anfänglich hat sich nur eine ganz kleine furt eingestellt und um die zu passieren hat man einen schweinekopf hineingelegt daher ist der name swine entstanden der auch beibehalten ist als die furt größer geworden und ein breiter strom daraus entstanden war zu der damaligen zeit haben da wo jetzt die stadt swinemünde liegt einige wenige fischerhütten gestanden als nachher die stadt dort erbaut worden ist der name des stromes auf sie übergegangen sage 134 neu warb da wo der warbsche see in das große haf hineingeht hat links in früheren zeiten eine alte stadt namens warb gelegen welche nachher durch überschwemmungen des hafs zugrunde gegangen ist und wovon man noch jetzt wenn das wasser ganz ruhig und klein ist die trümmer sehen kann es soll nur ein kleiner teil der stadt stehen geblieben sein nämlich das jetzige dorf alt warb die bewohner der untergegangenen stadt nun sollen sich auf das jenseitige ufer des sees begeben haben und dort haben sie eine neue stadt gebaut welche sie ebenfalls warb geheißen zur unterscheidung von der alten stadt hat sie aber bald den namen neu warb erhalten ende von abschnitt 22 abschnitt 23 von die volkssagen von pommern und rügen von judokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 135 das dorf klempin in hinterpommern in der pfarre sitko liegt ein dorf klempin geheißen diesen namen soll es wie die leute sagen daher erhalten haben dass es zwischen die beiden benachbarten dörfer eingeklemmt ist sage 136 putbus zu der zeit als die insel rügen noch ihre eigenen fürsten hatte lebte ein jüngerer prinz des fürstlichen hauses der von seinem vater dem regierenden herrn den südöstlichen teil der insel die kirchspiele filmnitz und lanken zum besitztume erhielt wie der in seine neue besitzung einzog da bereiste er dieselbe zuerst um eine passende stelle zu finden an der er seine burg anlegen könnte lange suchte er eine solche vergeblich zuletzt kam er an den mit buschwerk bedeckten berg der die wusternitz heißt alltage fiel es ihm so gut daß er plötzlich ausrief das heißt hinter dem busch anzeigend daß an dieser stelle die neue burg gebaut werden solle so ward denn an demselben orte die neue fürstenwohnung erbaut die von jenem ausrufe den namen erhielt und auch bald ihrem besitzer und seinen nachkommen den namen putbus gab den schloß und familie noch jetzt führen sage 137 der königsstuhl auf stubbenkammer die höchste spitze des vorgebirges stubbenkammer auf der insel rügen heißt der königsstuhl der name ist daher entstanden dass hier in alten zeiten den königen der insel gehuldigt ist sie haben dabei auf einem hohen künstlich von erde erbautem stuhle gesessen man sagt die rygianer hätten damals ihre könige selbst gewählt sie hätten aber nur den künsten genommen und zum beweise der tapferkeit verlangt daß der könig von der uferseite her den stuhl besteigen müsse das ist aber ein großes und schweres stück arbeit denn der kreidefels auf dem sich der königsstuhl befindet ist nach der see hin mehrere hundert fuß hoch und ganz jäh und schroff es geht auch noch eine alte sage unter dem folge daß künftig einer der von der seeseite her den königsstuhl ersteige her des landes werden solle in neueren zeiten haben mehrere kühne männer das wagstück versucht aber keinem hat es gelingen wollen am weitesten ist der schiffer paulsen von bergen gekommen allein ganz hat er nicht hinauf steigen können nur von dem könige karl dem zwölften von schweden sagen einige leute dass es ihm geglückt sei und dass er darauf oben auf der spitze ganz ruhig sein frühstück verzehrt habe das nonnenloch auf mönchgut am äußersten westende der rückschen halbinsel mönchgut befindet sich ein ufervorsprung der svandegard oder die heilige gegend genannt in diesem vorsprunge ist eine tiefe grube welche das nonnenloch heißt sie ist noch jetzt sehr tief obgleich ganz alte leute in der gegend sich noch erinnern daß sie vor vielen jahren zugeschüttet ist vor dieser verschüttung war sie so tief dass niemand ihren grund finden konnte zu dieser grube sind vor zeiten als in der stadt bergen noch ein katholisches nonnenkloster war die nonnen hingebracht die sich vergangen hatten denn anstatt daß man sie lebendig einmauerte wie es in anderen katholischen klöstern gebräuchlich war wurden sie in diese grube hinunter gestürzt das ist zwar immer heimlich und bei nacht geschehen aber die leute sind es doch bald gewahr geworden an den wehklagenden gestalten die im mondschein aus der gruft oft heraufstiegen und um dieselbe herum wandelten man hat die grube daher schon vor alten zeiten das nonnenloch geheißen wie sie auch noch genannt wird es soll noch immer nicht geheuer in der gegend sein sage 139 das zeichen am turme zu bergen an dem kirchturme zu bergen auf rügen sieht man nach westen hin an dem fundamente der mauer ein altes steinernes bild eines mönches der ein kruzifix in der hand hält dasselbe ist oben zugespitzt und auf dem kopfe des mönches ist ein zapfen man sagt daß der baumeister des turms ein gar kluger und erfahrener mann ausgerechnet gehabt daß gerade dieser zapfen gleiche höhe mit der spitze des marienturms zu stralsund habe und darum soll er zum wahrzeichen das mönchsbild eingemauert haben sage 140 das zehntfreie dorf nachdem die insel rügen von den dänen erobert und zum christentum neu bekehrt war wurde sie von dem könige waldemar von dänemark dem bischof von rosekild untergeben dieser wußte sich bald durch die ganze insel einen roggenzehnten zu verschaffen von dem wurde aber ein einziges kleines dörfchen befreiet namens prähe welches jetzt nicht mehr besteht vormals aber in der gegend von gingst gelegen hat dieses hatte auf folgende weise seine befreiung erlangt der bischof hielt sich nämlich zur einhebung des roggenzehntes einen eigenen landpropst oder vicarius der auf dem propst steyhofe zu ralswig seinen wohnsitz hatte der reiste in einem wagen im lande herum und nahm den zehnten ein wie er nun einstmals in das dorf brehe gekommen war zerbrach er dort ein rad an seinem wagen und verlor seine peitsche da traten die einwohner des dorfes zusammen und schafften ihm beides wieder herbei zur dankbarkeit wurden sie von da an von dem roggenzehnten befreit dagegen mußten sie zum zeichen ihrer bisherigen verpflichtung nun alljährlich ein wagenrad und eine peitsche auf dem probsteyhof nach ralswig liefern sage 141 das boselgeld in schlawe die stadt schlawe muß jährlich an die stadt rüdenwalde eine abgabe bezahlen die den namen boselgeld führt die abgabe und der name sind auf folgende weise entstanden in dem dorfe als schlawe hart an der wippa lag vor vielen hundert jahren eine burg in welcher ein graf als boshafter raubritter sein unwesen trieb insbesondere raubte er auch jährlich aus der stadt schlawe eine gewisse anzahl jungfrauen die er in seiner burg einsperrte und dabei war er so boshaft dass er wenn er in einem jahre die zahl nicht voll hatte allen den anderen die köpfe abschlagen ließ die bürger von schlawe hatten solche ungebühr lange zeit ertragen weil sie gegen den gefährlichen ritter nicht aufkommen konnten zuletzt aber wurde es ihnen zu arg und sie versammelten sich nun um zu beraten wie sie der not und des elends loswerden könnten sie konnten indes kein mittel ausfindig machen und mußten ohne rat wieder auseinander gehen nun hatte aber der bürgermeister von schlawe eine tochter die eine ebenso schöne als kluge und brave jungfrau war als die erfuhr worum es sich handelte hatte sie schnell einen plan erdacht wie man des wilden grafen ohne große gefahr habhaft werden könne in der nähe von alten schlawe nach der burg hin lag nämlich ein nusswäldchen dahin wollte die jungfrau ganz allein gehen als wenn sie nüsse suchen wolle der ritter würde sie dann sehen und geschwind herbei eilen um sie zu fangen nun sollten die männer von schlawe sich in dem gebüsch versteckt halten und über ihn herfallen und ihn fangen der bürgermeister hatte seine tochter sehr lieb und wollte daher in ihren plan nicht willigen weil er ihm zu gefährlich für sie zu sein schien er mußte indes endlich nachgeben es ging darauf auch alles so wie die kluge jungfrau es sich gedacht hatte der ritter war nur mit geringer mannschaft aus der burg gekommen um sie zu fangen und so gelang es den bürgern leicht seiner habhaft zu werden sie legten ihn darauf in ketten und führten ihn im triumph in die stadt wo sie ihn in einen tiefen kerker warfen und dann gericht über ihn hielten und ihm zum tode verurteilten dieses urteil konnten sie aber nicht so eigenmächtig vollstrecken sondern sie mussten es erst von dem herzog in stettin unterschreiben lassen sie schickten es daher nach stettin allein nun traf es sich daß der herzog mit dem raubgrafen gut freund war er schrieb deshalb unter das urteil die worte kop af dich lord leven das schrieb er ohne irgendein zeichen zwischen die worte zu setzen so daß es einen ganz zweideutigen sinn hatte und man daraus nehmen konnte was man wollte die bürger deuteten es aber zu ihren gunsten und ließen dem ritter den kopf abschlagen in ihrer großen freude ging sie sogar so weit daß sie einen großen freudentag hielten und mit dem abgeschlagenen kopfe auf dem markte herumkugelten was im plattdeutschen boseln heißt als das nun der herzog in stettin erfuhr wurde er sehr zornig und legte seine worte anders aus und er belegte die stadt mit einer geldstrafe welche sie nach rügenwalde geben mußte und wozu jeder bürger zu gleichen teile beitragen sollte von dem boseln mit dem kopfe des ritters hieß diese strafe das boselgeld sage 142 die kirche ohne turm das dorf christo eine meile von greifswald hat eine kirche die zwar zu den reichsten im lande gehört denn sie hat ein vermögen von 20 bis 30 tausend talern die aber keinen turm hat und auch keinen bekommen kann schon seit uralten zeiten haben die leute gesagt auf die kirche zu christo werde niemals ein turm kommen warum nicht das weiß man nicht aber dass sie keinen erhalten kann ist gewiss man hat sich schon mehrmals angeschickt einen zu erbauen es liegen auch die dazu bestimmten fundamentsteine seit ein paar hundert jahren auf dem kirchhofe so oft aber der baumeister mit dem bau hat anfangen wollen ist derselbe eines jänen todes verstorben so daß man das werk liegen lassen mußte es hatte sich daher auf lange zeit kein baumeister mehr dazu finden wollen vor ungefähr fünf jahren dachte man endlich wieder daran man bekam auch einen tüchtigen meister namens giese aber so wie der kaum den riss fertig gemacht hatte so starb auch er eines plötzlichen todes seitdem will sich nun keiner mehr finden den bau zu übernehmen sage 143 die ruine des hauses demmin das haus demmin und die stadt demmin hatten früher nur einen herrn sie waren auch damals durch einen unterirdischen gang miteinander verbunden dessen eingang in der stadt in der gegend des blinden thores war und der so geräumig gewesen ist daß man mit kutsche und pferden darin hat fahren können hernachmals ist der gang verfallen und man hat nun auch die burg zu dem gute vorwerk geschlagen welches nebenbei liegt dabei soll ausgemacht sein daß die burg nicht an die stadt demmin zurückfallen solle lange noch ein stein von ihr auf dem anderen liege der besitzer von vorwerk hält daher mit großer sorgfalt darauf daß die ruine des hauses demmin wohl erhalten bleibe sage 144 der ritter mit der goldenen kette um das jahr 1360 lebte auf der insel usedom in dem schlosse zu mellentin ein rittersmann namens nienkrake den die leute aber nienkerke oder neukirchen nennen er trug immer eine große und schöne goldene kette um den hals auf die er viel hielt weshalb er auch mehrrenteils nur der ritter mit der goldenen kette hieß dieser ritter hatte große liebe zu einer schönen nonne im benachbarten kloster putaklar und weil er dieser weder im guten noch mit gewalt habhaft werden konnte so grub er zuletzt da er ohne sie gar nicht leben zu können vermeinte unter der erde einen gang von seiner burg bis nach dem kloster eine ganze meile lang durch diesen entführte er die nonne und ehelichte sie er hatte das alles so heimlich betrieben dass kein mensch wußte wo die nonne geblieben war ein bauer aus melentin verriet ihn aber endlich und nun kam der bruder der nonne mit großer heeresmacht vor die burg des ritters mit der goldenen kette um ihm sein gemahl wieder zu entreißen allein der herzog von stettin dem die große liebe des ritters gefiel stand ihm bei und befreite ihn von der belagerung der ritter hat darauf mit seiner schönen nonne noch viele und vergnügte tage verlebt nachdem sie gestorben waren hat man ihre leichname in der kirche zu melentin beigesetzt das bildniß des ritters ist auch noch in dieser kirche zu sehen der ritter ist übrigens mit seiner goldenen kette begraben von der er sich nicht hat trennen mögen und die er auch nach seinem tode nicht von sich lassen will vor einigen jahren war einmal einer der gelüste nach ihr trug und er deshalb täglich an dem stark verlöteten sarge feilte um ihn offen zu bekommen nachdem der mann aber ein schildchen abgefeilt hatte erschien auf einmal in einer nacht der frau desselben der ritter mit der goldenen kette er berührte mit den großen federn auf seinem helme ihr gesicht daß sie aufwachte und sah sie zürnend und drohend an seitdem hat es keiner mehr gewagt nach der kette zu streben abschnitt 24 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 145 ritter flemming vor vielen hundert jahren lebte auf der insel volin ein tapferer ritter namens flemming der war einst mit dem herzog barnehm von pommern auf einen kreuzzug zum heiligen grabe gezogen und hatte seine mutter barbara die ihn sehr liebte allein mit einigen knechten auf der burg zurückgelassen wie nun die witwe barbara täglich nur für eine glückliche rückkehr ihres sohnes betete und um das hauswesen nicht viel sich bekümmern konnte da trieben die knechte allerlei unwesen und in sonderheit legen sie sich auf wegelagerung und plünderten und erschlugen einen jeden der durch die gegend zog eines abends als sie auch wieder auf der lauer lagen sahen sie einen einsamen pilgersmann des weges kommen der ging langsam und müde und seufzte oft schwer auf daraus schlossen die knechte er müsse große schätze bei sich führen die er aus fernen landen mitgebracht und an denen er schwer zu tragen habe sie fielen daher unversehens über ihn her und erschlugen ihn sie fanden aber nichts bei ihm als einen goldenen ring den er am finger trug den nahmen sie weil der ring nun ein sonderbares wappen führte so zeigten sie ihn am anderen tage der edelfrau und wie die den ring besah da erkannte sie ihn dass er ihrem sohn gehöre und sie fragte hastig wo der sei so den ring getragen da mussten die knechte gestehen dass sie ihn im felde erschlagen hätten und der leichnam liege noch da jetzt war es schrecklich anzusehen wie die alte greise edelfrau die hände rang und jammerte sie lief zu der stelle wo ihr sohn lag und als sie ihn erkannt hatte faßte die verzweiflung sie und sie stürzte sich in einen tiefen sumpf der in der nähe war die stelle wo der ritter flemming erschlagen ist befindet sich in der trebenauer feldmark unweit wolin sie hieß früher der freutenberg weil die alten heidnischen woliner dort ihren götzen geopfert und dabei viele feste gehabt hatten seit dem tode des ritters heißt sie aber bis zur heutigen stunde der trauerberg der sumpf in dem die edelfrau ihren tod fand ist jetzt eine wiese und heißt die barbara wiese von jener zeit her klaus hinse war ein bekannter hofner des pommerschen herzogs johann friedrich er war gebürtig aus einem dorfe bei friedrichswalde welches jetzt und zwar wie die leute sagen nach ihm den namen hinse dorfe führt der herzog soll ihn da als er eines tages durch das dorfe gekommen ist getroffen haben wie klaus hinse der zu solcher zeit noch ein kleiner bauernknabe war singend und lachend durch das dorfe ging einen großen strick um den leib an welchen er eine ganze menge toter junger gänse gebunden hatte dem herzog fiel der knabe in diesem aufzuge auf und als er ihn fragte was dasselbe zu bedeuten habe erzählte ihm der schall knachend seine mutter habe ihm befohlen daß er die gänse hübsch beisammen halten solle damit der fuchs sie nicht hole da habe er sie denn nun mit den helsen an den strick und sich diesen um den leib gebunden so solle der fuchs sie ihm gewiss nicht holen seine reden und sein tun gefielen dem herzog so sehr dass er ihn mit sich nahm und als seinen hofnern bei sich behielt der arme lustige klaus hinse hat aber zuletzt ein gar trauriges ende genommen als der herzog nämlich von einem heftigen fieber befallen war und die ärzte erklärten er könne nur durch einen jähen schrick geheilt werden da unternahm klaus hinse es seinen herrn zu heilen und er stieß ihn unversehens ins wasser der herzog genas davon zwar wirklich weil das aber ein majestätsverbrechen war so sollte der hofner zum scheine hingerichtet werden er hielt dies jedoch für ernst und als der scharfrichter anstatt des schwertes mit einer ruth ihn in den nacken hieb fiel er vor schreck um und war todt das dorf hinsendorf welches früher butterdorf geheißen soll ihm der herzog bei seinen lebzeiten geschenkt haben auf dem kirchhofe daselbst neben einer eiche befindet sich auch noch sein grabmal es ist ein langer viereckiger stein klaus hinse steht darauf abgebildet in lebensgröße mit schellen auf dem kopfe und einer keule in der hand wie sie die gänsehirten zu tragen pflegen um den leib hat er den strick mit den gänsen zu seinen füßen liegt eine bierkanne sein todestag war der 17 märz 1599 die windmühlen bei stettin an der sogenannten klingenden becke bei stettin liegen sieben windmühlen die vor alten zeiten der rat zu stettin hat bauen lassen als die fertig waren sind die ratsherren zu ihnen hinaus gefahren um sie zu besuchen und um ihnen namen zu geben bei der ersten sagten sie eine muss doch malz mahlen denn sie dachten zuerst an das gute bier und sie nannten sie malzmühle die zweite hatte wenig wasser da sprachen sie die ist für die küken sie soll die kükenmühle heißen bei der dritten hörten sie einen kuckuck schreien die nannten sie die kuckucksmühle auf einer vierten empfing die wirtin sie unfreundlich da nannten sie dieselbe die sursachsmühle auf der fünften dagegen wurden sie freundlich und aufmunternd aufgenommen das heißt mutgeberisch mutgebend da nannten sie diese die mutgebermühle bei der sechsten wollten die räder gar nicht still stehen da sprachen sie das ist die klappermühle die letzte endlich weil sie am höchsten im berge lag nannten sie die obermühle all diese namen führen die sieben mühlen noch sage 148 sagen vom schlosse zu daber das schloss zu daber ist sehr alt und jetzt ganz verfallen so daß keiner mehr darin wohnen kann in uralten zeiten sollen wie die leute sagen einmal drei vornehme fürsten darin gewohnt haben die haben ein sehr wildes und gottloses leben geführt nichts getan als jagen trinken und fluchen und den leben gott haben sie ganz vergessen da ist endlich einer von ihnen plötzlich gestorben den haben die beiden anderen in dem erb begräbnisse auf dem schlosse beisetzen lassen aber in ihrem lebenswandel haben sie sich nicht gebessert darauf sind sie denn bald ebenfalls eines jähen todes verstorben von der zeit an ist das schloß verfallen und es wohnen nun böse geister darin welche die leute in der gegend die kobolde nennen die treiben besonders des nachts ein schreckliches wesen in dem alten schlosse daher wagt es auch keiner nach den vielen schätzen zu suchen die noch darin begraben liegen sollen denn bei tage kann man an einen solchen schatz nicht ankommen einige leute haben diese kobolde auch schon gesehen die alte nachtwächterfrau die noch jetzt so da aber lebt war einmal auf den johannistag gerade um die mittagszeit auf das alte schloß gegangen um flieder zu pflücken der dort viel wächst auf einmal während sie sich bückte sah sie aus dem schlosse drei herrlich gekleidete fräulein kommen denen drei kleine männer folgten alle sechs führten einen zierlichen tanz auf dem hofe aus zu dem die musik aus dem schlosse kam nachdem das eine weile gedauert hatte erschien ein großer hund an einer goldenen kette das war der leibhaftige teufel denn er verwandelte sich plötzlich in einen großen schwarzen ritter und fing nun mit an zu tanzen worauf es nicht anders war als wenn rundumher der ganze erdboden bis tiefhin erschüttert werde die alte nachtwächterfrau hat darüber einen solchen schrecken bekommen daß sie in aller eile den schloßsteig heruntergegangen ist auf der brücke erst ist sie still gestanden und hat sich umgeblickt worauf sie denn wahrgenommen das aus einem verfallenen turme des schlosses eine schreckliche gestalt herausgeblickt hat das ist auch der teufel gewesen er hat wie ein drache ausgesehen und aus dem munde feuer gespiehen und auf einmal ein so furchtbares schreien erhoben dass davon das ganze schloss gezittert hat und eine mauer geborsen ist gleich darauf hat die glocke eins geschlagen und nun ist mit einem male alles vorbei gewesen der thurm aber aus dem der teufel geschrien ist zugleich eingestürzt der teufel hat so arg geschrien daß die alte frau taub geworden ist was sie denn auch zum wahrzeichen ihr leben lang bleiben wird ein andermal war ein alter bötscher der bandstücke geholt und sich darüber verspätet hatte um mitternacht an dem alten schlosse vorbeigekommen auf einmal begegneten ihm unweit desselben drei männer welche feurige hüte trugen sonst aber ganz schwarz waren die stellten sich an die brücke über die er mußte und wollten ihn nicht hinüber lassen und drohten ihm anfangs graute den alten mann zuletzt aber faßte er sich ein herz und hob an mit lauter stimme das lied zu singen ihr höllengeister packet euch ihr habt hier nichts zu schaffen da verschwanden die schwarzen gestalten eiligst und liefen nach dem schlosse zu oben in demselben erhoben sie ein schreckliches geheul und stürzten sich dann von oben in den thurm hinab von dem die leute sagen daß früher die gefangenen darin gesessen hätten gleich darauf hörte der bötscher ein großes hundegebell und dann ein fürchterliches krachen der bötscher hat dies alles dem dreckslermeister habermann in daber erzählt der da selbst noch lebt dieser habermann erzählt auch folgendes zu dem schlosse zu daber gehörte ein ziemlicher see hier soll wie die leute schon von alten zeiten her sagen ehemals eine große stadt gestanden haben die aber nachher in den see versunken ist die glocken der mit untergegangenen türme kann man noch zu zeiten hören nun begab es sich einmal erzählt habermann daß ein schuhmacher der oft aufs land ging um arbeit zu suchen in einer nacht etwas angetrunken aus dem kroge zu plantigo kam welches dorf etwa eine halbe meile von daber liegt er war kaum eine viertelstunde gegangen als er am wege drei schwarze pferde sah die da weideten er dachte die gehörten einem bauer aus plantigo zu und in seinem trunkenen mute und weil ihm das gehen sauer wurde machte er sich an sie heran und setzte sich auf eins um so nach hause zu reiten aber auf einmal hob sich das pferd mit ihm in die höhe und flog hoch durch die luft das dem schuhmacher hören und sehen verging erst an dem schlosssee ließ er sich mit ihm nieder es warf ihn dort ans ufer ab und verschwand dann in die tiefe des sees gleich nachher hörte der schuhmacher unten im wasser ein helles glockengeläute die glocken sprachen dabei ordentlich denn er hörte deutlich die worte anne susanne wusst du mit holanne o ne mi krete man immer depe die leute meinen daß die drei schwarzen pferde den drei fürsten gehört haben manche sagen auch das dritte sei der teufel selbst gewesen es soll auch in der luft ganz feurig geworden sein und lauter feuer von sich gespieren haben ende von abschnitt 24 abschnitt 25 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus theme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 149 die grafen von eberstein baretztow vor zeiten lebte in sachsen ein vornehmes und mächtiges geschlecht das der grafen von eberstein in der mitte des dreizehnten jahrhunderts aber wurde graf dietrich von eberstein von dem herzog von braunschweig mit dem strange hingerichtet und seine söhne mussten in alle welt flüchten und ihre güter im stich lassen einer von ihnen graf otto von eberstein floh zu seiner mutter bruder einem grafen von gleichen der damals bischof von cammin in pommern war er wurde von diesem aufgenommen und der bischof belehnte ihn im jahre 1263 mit der stadt und grafschaft naugart zu dieser grafschaft gehörte auch das dorf redstow eine meile südwestlich von naugart bei welchem die grafen später hin eine burg erbauten welche sie die wolfsburg nannten die trümmer dieser burg sieht man noch jetzt in der nähe von redstow die ebersteiner fingen aber mit der zeit ein wüstes gottloses leben an und besonders hatten sie ihre freude daran von der wolfsburg aus wo sie oft zum jagen mit ihren wilden gesellen zusammentrafen den bauern die saaten zu verderben deshalb stehen sie noch jetzt unter den bauern in einem schlechten rufe und man sagt sie hätten keine ruhe unter der erde und müßten noch immer um die wolfsburg herumwandern doch sind sie jetzt nicht immer mehr böse sondern beschenken sogar manchmal die leute mit denen sie zusammentreffen so war vor vielen jahren einmal ein schäfer in redstow der hütete am johannistage mit seiner herde auf dem sogenannten hünenberge nicht weit von der wolfsburg auf einmal versank er mit allen seinen schafen in die erde hinein daß es sich über ihm zusammentat unten kam ihm ein großer hund entgegen der ihn an eine tür führte diese öffnete der schäfer worauf er an eine zweite tür kam als er auch diese geöffnet hatte befand er sich in einem großen saale in demselben saßen viele vornehme herren am speisen sie sahen dem schäfer so stattlich aus daß er sie für fürsten hielt obgleich die leute meinen daß es die grafen von eberstein gewesen wären die in diesen berg hineingebannt seien sie luden auch den schäfer ein mit ihnen zu essen was er tat als er sie darauf aber fragte wie er aus dem berge wieder herauskommen möge sagten sie ihm dass er daran vor dem nächsten johannistage mit hin vor ablauf eines jahres nicht denken könne also geschah es auch und der schäfer mußte ein ganzes jahr mit seiner herde im berge bleiben als das jahr zu ende war verehrten ihm die grafen einen goldenen stab sie sagten ihm aber dabei daß er niemals wieder in die nähe des hühnenberges kommen solle nicht so gut er ging es einem bauern aus rätztow der befand sich eines abends bei den hühnengräbern die dort auch in der gegend liegen als ihm vier junge männer begegneten der bauer dachte sich nichts besonderes dabei und sprach sie dreist an sie gaben ihm auch freundlichen bescheid und fragten ihn dann was die leute in der gegend von den grafen von eberstein sprächen der bauer der noch immer nichts arges dachte antwortete ihnen ehrlich wie man von denen noch immer nichts gutes rede und teilte ihnen auch mit was sie in früheren zeiten alles verübt haben sollten da wurden die vier männer auf einmal grimmig fassten ihn an und fuhren mit ihm in die luft hinein drei meilen weit als sie ihn nun niedersetzten waren sie plötzlich verschwunden und er sah jetzt drei schwarze hunde vor sich die feuer ausspielen der arme mensch hat sich vor schreck kaum wieder nach hause finden können wo er tags darauf gestorben ist von der zeit an hat man aber nur noch zwei schwarze hunde in der gegend erblickt und man glaubt daher dass der dritte seitdem erlöset sei sage 150 der geizige graf von eberstein unter den grafen von eberstein die in alten zeiten auf ihrem schlosse bei naugart gewohnt haben ist einstmals ein sehr grausamer und geiziger herr gewesen er ist besonders gegen seine leute so schlimm gewesen dass er den mägden wenn sie nicht genug gesponnen hatten die hände abhauen ließ oder er ließ sie gar in flachs einwickeln und so verbrennen die armen leute welche sich holz aus seinem walde holten ließ er in tiefe gruben werfen wo sie eines schrecklichen hungertodes sterben mussten seine frau ist fast noch böser gewesen als er nachdem beide ihre grausamkeiten lange getrieben hatten hat der herzog von stettin zuletzt ein einsehen getan und das schloss belagert der graf hat zwar mehrere unterirdische gänge gehabt um dadurch zu entkommen aber er ist samt seinem weibe doch zuletzt gefangen und beide sind zum tode verurteilt und geköpft worden darauf hat man zum warnenden andenken ihre bildnisse in der kapelle zu naugart aufgerichtet und auf das gestell ihre freveltaten eingeschrieben die bilder stehen da noch die schrift ist aber verlöscht vor vielen jahren nämlich kamen eines tages zwei vornehme fremde herren nach naugart die haben den küster gebeten ihnen die kapelle zu zeigen was derselbe auch getan wie sie nun darin gewesen haben sie auf einmal den küster fortgeschickt etwas für sie zu holen und als der küster zurückkehrt da ist die inschrift an dem gestell verlöscht gewesen die beiden fremden aber waren verschwunden man glaubt daß es zwei verwandte des grafengeschlechts aus fernen landen gewesen seien das schloß zu matzdorf ungefähr dreiviertel meilen von massow in hinterpommern liegt das dorf matzdorf bei welchem sich ein altes schloß befindet in diesem letzteren hat vor zeiten ein grafengeschlecht gewohnt welches sich einem wilden gottmissfälligen leben ergeben hatte besonders grausam waren diese grafen gegen ihre untertanen sie verfolgten und misshandelten sie oft wegen der geringsten kleinigkeiten und man zeigt noch jetzt in dem alten schlosse ein großes wüstes gemach in welchem sie über die armen bauern die etwas verbrochen hatten unbarmherzig den stab brechen und sie zum tode verurteilen ließen die leute nennen dieses gemach die alte gerichtsstube zur strafe für solche grausamkeiten muss nun der letzte aus dem grafengeschlechte noch immer in dem alten schlosse umgehen man kann ihn in jeder mitternacht sehen er hat einen großen dicken eisenstab in der hand mit diesem schleicht er langsam um das ganze schloß herum und zuletzt geht er in die alte gerichtsstube hinein dort fängt er ein schreckliches gepolter an und sucht den eisenstab zu brechen was ihm aber nimmer gelingen will damit muss er sich quälen bis die glocke einschlägt dann verschwindet er mit großem getöse und gekrach einige sagen dass ein großer schwarzer hund ihn begleite dem eine glühende zunge aus dem maule hänge und der wahrscheinlich der teufel sei wen der alte graf sieht den erwürgt er und verschwindet dann mit schrecklichem gelächter in die gerichtsstube es wagt sich deshalb des nachts kein mensch in die nähe des schlosses der krakau berg bei zachan bei dem städtchen zachan zwei meilen von stagat liegt in einem buchenwalde ein berg von ziemlicher höhe der krakau berge heißen auf diesem berge hat in alten zeiten ein schloß gestanden in welchem ein grafengeschlecht namens krakau gewohnt haben soll die beiden letzten dieses geschlechts waren zwei brüder die aber in großer feindschaft und zwietracht miteinander lebten zur strafe für solchen unnatürlichen hass soll ihr schloss zerstört und sie sollen in zwerge verwandelt sein als solche müssen sie noch immer auf den berge umgehen und auf den johannistag kann man sie dort sehen in demselben buchenwäldchen hört man auch manchmal um die mitternacht ein großes grauenhaftes jagdgetöse mit hundebellen pferde getrappel blasen und schießen man sagt dass dies auch von den beiden grafen herkomme sage 153 die eule im schlosse zu labes in der stadt labes sieht man noch die ruinen eines alten schlosses in welchem früher ein grausamer ritter gewohnt hat jetzt tauset nur noch eine eule dort die nacht für nacht ein schreckliches geheul hören lässt und die kein mensch vertreiben kann man sagt dass diese eule der geist des bösen ritters sei der dolgemost auf rügen auf der insel rügen befindet sich eine dem fürsten suputbus zugehörige holzung der dolgemost genannt vor zeiten hielten sich in derselben viele und gefährliche räuber auf welche die ganze insel unsicher machten gegen die zog zuletzt der fürst jaroma der erste aus und erschlug sie alle in der holzung weil nun die fürstlichen ritter und knappen dabei toll gehauset hatten so bekam das gehölz den namen dolgemost denn gemost heißt so viel als gehauset sage 155 die burg rallo auf der insel rügen liegt ein gut namens in wieg nicht weit davon hat vor zeiten die burg rallo gelegen die spuren des alten burgwalles und des grabens um denselben findet man noch heutzutage der graben ist über zwanzig ellen breit und hat noch jetzt eine tiefe wie die höchste tanne im lande sowie der wall eine breite von fünfundzwanzig ellen hat diese burg ist schon zu heidnischen zeiten eine starke festung gewesen und es hat ein berüchtigter seeräuber namens rollwig sein raubnest darinnen gehabt von dem sie auch den namen erhalten hat der hat dort viele jahre sein unwesen getrieben bis es endlich dem fürsten jaroma des ersten der überall im lande die räuber verfolgte und ausrottete glückte auch ihn zu fangen und seine burg zu zerstören derselbe räuber rollwig hatte zwei schwestern von denen die eine agathe und die andere juta hieß die hatten ihren bruder sehr lieb und als er gefangen und seine burg zertrümmert war da flohen sie in die nachbarschaft und erhängten sich beide aus großem herzeleid die eine nämlich juta ging auf einen berg der in der nähe lag die andere in ein kleines gehölz davon heißt dennoch die höhe die nicht weit von inwieg nach der priboschen weder zu rechts am wege nach landau liegt der jütenberg und das holz welches sich einen guten flintenschuss weiter befindet das agatenholz die zerstörung der burg soll im jahre elf zweiundachtzig geschehen sein sage 156 klaus störte becker und michel es sind schon über fünfe halb hundert jahre vergangen da hausete lange zeit auf der ostsee eine grausame bande von seeräubern welche sich die viktualien oder vitalienbrüder nannten weil sie nur von raub und beute lebten oder auch likendeler weil man sagt daß sie alle beute zu gleichen teilen unter sich verteilt hätten die anführer dieser bande waren klaus störte becker und michael gädegge jener war aus der stadt bad in pommern gebürtig der letztere der von den leuten jetzt noch gael michel genannt wird soll von der insel rügen oder wie andere behaupten aus dem dorfe michelsdorf auf dem dars her stammen diese räuber trieben ihr gewerbe auf der ganzen ostsee sie hatten eine menge niederlagen und geheime schlupffinkel in die sie sich verkrochen wenn sie einmal mit zu großer macht verfolgt wurden so bewohnten sie zu zeiten die große höhle unter dem waschstein auf rügen die damals noch niemand kannte auch hatten sie ein festes schloss auf dem zingst wo man am prärover strome noch jetzt die trümmer einer burg sieht die von den bewohnern das alte schloss genannt werden dieses schloss haben die lübecker die von den räubern am meisten zu leiden hatten im anfang des 15 jahrhunderts zerstört sie sollen auf der daser seite des prärover stromes gelandet sein und im lager gestanden haben die stelle heißt noch jetzt der lübecker ort die schätze der räuber sollen damals von den lübecker nicht gefunden sein sie sollen vielmehr noch unter den trümmern des alten schlosses verborgen liegen und man kann auch häufig des nachts wenn vollmond ist fremde schatzgräber sehen die mit allerlei mitteln nach innen suchen den räubern selbst konnte man lange zeit nicht ankommen sie entkamen allen verfolgungen glücklich das sollen sie den gebeinen eines heiligen märtyrers verdankt haben die sie einmal aus einem kloster an der spanischen küste gestohlen hatten und die sie immer mit sich führten endlich aber nachdem sie über 30 jahre ihr unwesen getrieben gelang es den hamburgern die eine große seemacht zusammengebracht hatten die ganze bande nach einem überaus blutigen seetreffen einzufangen zuerst bekamen sie den klaus störte becker mit 711 gesellen und darauf den michel gädegge mit noch 80 die wurden allesamt zu hamburg geköpft der hamburgische bürgermeister simon von utrecht hatte ihnen das todesurteil gesprochen und sie in ihren prunkkleidern zum richtplatze führen lassen aus der beute die man bei dieser gelegenheit machte ließen die hamburger eine goldene krone und einen großen übergoldeten becher verfertigen die krone hat lange den st nikolai turm in hamburg geziert den becher zeigt man allda noch ende von abschnitt 25 abschnitt 26 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 157 die räuber im gollenberge der gollenberg hatte in früheren jahren eine menge tiefer und dunkler waldklüfte in denen sich lange zeit hindurch große furchtbare räuberbanden aufhielten es ist noch jetzt mitten im gollenberge eine vertiefung welche die räuberkuhle heißt in dieser sollen sie ihr hauptlager gehabt haben das gesindel hatte sich so furchtbar gemacht dass keiner wagte es anzugreifen und dass sie ungescheut plünderten und mordeten was ihnen unter die hände fiel da wurden sie endlich auf folgende wunderbare weise gefangen in der herberge zu kösslin langte eines abends bei großem unwetter ein fremder reisender an der unter dem gollenberge hatte herreiten müssen und er dabei gar unheimliches getümmel oben auf dem berge vernommen hatte er hatte sich deshalb beeilt die stadt zu erreichen und er zitterte noch und war bleich vor schrecken als er in das gastzimmer trat darüber neckten ihn einige anwesende gesellen die sich hinter dem warmen ofen und dem glase wein wunders wie tapfer und mutig dünkten der reisende den solches verdroß bot ihnen eine große summe geldes an wenn einer von ihnen oder auch sie alle es wagten jetzt gleich auf den gollenberg zu gehen und zum zeichen dass sie da gewesen sein tuch das er ihnen hinlegte um die eiserne fahne binden würden die zum merkzeichen für die schiffer auf der spitze des berges errichtet war da entfiel aber den prahlern das herz und es hatte keiner den mut das abenteuer zu bestehen das hörte die magd des wirtshauses mit an die eine muntere beherzte dirne war und weil sie sehr arm war so kam ihr die lust an dass sie das geld verdienen möge sie sagte daß dem fremden der hatte nichts dagegen und obgleich alle anderen ihr abredeten und ihr vorstellten wie sie in die hände der räuber fallen und dann niemals wiederkehren werde so blieb sie doch fest bei ihrem vorsatze sie nahm das tuch des reisenden und ging nun getrost ganz allein in dunkler nacht und in schrecklichem unwetter aus der stadt hinaus dem berge zu anfangs ging alles gut sie kümmerte sich nicht um das heulen des sturmes der durch die eichen fuhr und nicht um das krächzen der raben und eulen die überall um sie her flogen als sie aber die spitze des berges erreicht hatte und so ganz allein da stand in dem furchtbaren sturmwinde in der nähe der blutigen räuberbande und fern von aller menschlichen hülfe und als auf einmal dicht bei ihr die alte eiserne fahne anfing zu knarren dass es ihr durch mark und bein fuhr da klopfte ihr das herz dass sie es hören konnte trotz dem heulen des windes und sie geriet in eine solche angst dass sie nur kaum noch zu der fahne gelangen und das tuch herumwinden konnte in dem augenblicke aber als sie das tat hörte sie nahe bei sich ein lautes horn das furchtbare horn der räuber daß die einwohner von közlin nur zu oft in manchen nächten wenn das gesindel in die nähe der stadt gezogen kam gehört hatten da vergingen der armen dirne fast die sinne und sie sah keine rettung wie sie in der dunklen nacht und mit ihren vom schrecken gelähmten gliedern werde entfliehen könne auf einmal erblickte sie aber neben sich ein roß das an einem baum gebunden war es war hoch und weiß von gestalt und hatte einen silbernen zaum auf das eilte sie zu und löstete es von dem baume und schwingt sich hinauf und nun jagte sie vom berge hinunter was das pferd nur laufen konnte allein die räuber hatten sie schon gewahrt das horn hatte sie alle beisammen gerufen und auf einmal hörte sie wie ein großer haufe auf schnellen rossen die alle silberne schellen trugen hinter ihr herjagte und immer näher an sie herankam da trieb sie ihr roß stärker an und jagte blind zu den berg hinunter und als die not am größten war und die nächsten hinter ihr schon dicht an ihr waren da hatte sie gerade das stadttor erreicht und sie war gerettet aber die räuber hatten sie in so großer verblendung und wut verfolgt da sie nicht einmal gewahrten wie sie sich in der stadt befänden das ward ihr untergang denn die mutigen küssliner schlossen nun geschwind das tor hinter ihnen zu und fingen sie alle am anderen tage zogen darauf die bürger auf den gollenberg und zerstörten das raubnest gänzlich sie fanden dort viele gebeine von erschlagenen aber auch viele reichtümer unter der beute war auch das große horn der räuber es war drei fuß lang und von starkem metall gegossen dasselbe wurde zum horn des nachtwächters für die stadt bestimmt als solches tut es noch bis auf den heutigen tage in köstlin dienste sage 158 das raubschluss bei kantrek zwei meilen von golno liegt das dorf kantrek etwa eine viertel meile von diesem sieht man auf einer ziemlichen anhöhe die ruinen einer alten burg am fuße der anhöhe befindet sich ein klarer see die jetzt zertrümmerte burg ist früher ein raubschloß gewesen sie gehörte der familie von köller welche seit undenklichen zeiten in pommern das gewerbe der räuberei und weglagerung getrieben hatte kein kaufmann oder anderer reisender konnte ungeplündert durch die gegend ziehen dabei hatten die raubritter sich ihr gewerbe so sehr erleichtert daß sie nicht einmal nöthig hatten einen späher auf die zinnen ihrer burg zu stellen die armen reisenden mußten ihnen vielmehr von selbst entgegen kommen aus dem burgsee nämlich ergoss sich ein kleines vlies welches später in den jubenbach fiel dieses vlies lief quer durch die landstraße so daß jeder reisende es passieren mußte nun sagt man hatten die herren von köller über dasselbe eine brücke schlagen lassen dem anschein nach zur bequemlichkeit der reisenden aber in wahrheit zur erleichterung ihres bösen gewerbes denn an der brücke hatten sie einen draht befestigt der unter der erde her bis zur burg hinauf ging und dort an eine glocke reichte so wie nun jemand auf die brücke trat so geriet durch die erschütterung der draht in bewegung und die glocke auf der burg läutete dann brach alles auf und überfiel den arglosen wanderer der über die brücke gegangen war solches unwesen hat gedauert bis zu anfang des 17 jahrhunderts denn keiner hatte den gefährlichen raubrittern in ihrer festen burg etwas anhaben können als aber zur zeit des dreißigjährigen krieges der schwedische könig gustav adolf nach deutschland kam und durch pommern zog hörte er auch von dieser räuber burg und er beschloss sofort sie zu belagern anfangs spottete sein der raubritter der damals auf der burg hausete nachdem der könig aber eine zeitlang da gelegen hatte und die auf der burg sehen mochten dass keine rettung mehr für sie sei erschien auf einmal eines abends in dem zelte des königs eine hohe schöne frau die weinte sehr und sprach zum könige dass sie die frau des herrn von köller sei des raubritters den er belagere und bat ihn sehr dass er ihrer und ihres mannes schonen möge der könig versprach ihr das auch für sie von ihrem manne wollte er aber nichts wissen da bat die frau nur um freien abzug dessen was sie aus der burg werde tragen können das versprach ihr der könig am anderen morgen nun ließ sich die zugbrücke der burg nieder und über dieselbe schritt die frau von köller ihren mann auf dem rücken den sie also rettete der könig ließ darauf alles töten was noch auf der burg war und dieses selbst zerstörte er die frau hatte ihren mann aus furcht über eine viertelstunde weit von der burg getragen bevor sie es wagte ihn zur erde niederzulassen an der stelle wo dieses geschah bauten beide nachher das dorf kantreck sowohl an der ruine der alten burg als an dem see unterhalb der selben ist es noch immer nicht geheuer einer alten frau die noch jetzt in dem dorfe kantreck lebt ist einmal folgendes begegnet sie war eines abends zu dem see gegangen um zu krebsen dabei verspätete sie sich so daß es mitternacht wurde auf einmal erhob sich ein schrecklicher sturm der ihre kienfackel die sie bei sich hatte verlöschte unten im see aber hörte sie geklirre von waffen und das ächzen von sterbenden und dann einen kreulichen rumor der immer höher herauf kam zuletzt taten sich die wellen auseinander und es stiegen acht geharnischte männer aus dem wasser die drei festgebundene kaufleute mit sich schleppten gleich hinter diesen her sprangen zwei andere geharnischte männer hervor die aber ganz weiß waren wogegen jene schwarze mäntel über ihren rüstungen trugen die weißen ritter stimmten zuerst einen lieblichen gesang an ihnen folgten mit erschrecklichem geheult die schwarzen indem sie die räuberischen taten der köllerschen familie besangen als sie zu ende waren stürzten beide teile aufeinander los und hoben einen wütenden kampf an die weißen ritter blieben darin aber sieger und erschlugen alle die acht schwarzen ritter sie warfen diese darauf in die tiefe des sees und ließen sich dann selbst unter einer schönen musik in den see hinunter was aus den gebundenen kaufleuten geworden ist hat die alte frau in ihrer angst vergessen s der raubritter fischoff nicht weit von uchzenhagen in hinterpommern sieht man an einer wiese einen großen trüben sumpf an der stelle desselben hat früher ein hoher berg gestanden und auf diesem eine feste burg in dieser burg hat ein mächtiger und grausamer raubritter namens fischoff gehauset der nicht nur der strecken aller kaufleute und reisenden war sondern den auch die gesamte ritterschaft in der umgegend fürchtete denn auf seinem starken auf dem hohen berge liegenden schlosse konnte ihm niemand etwas anhaben und er hatte überdies einen großen haufen wilden aber tapferen gesindels um sich dieser fischoff hatte beständig auf der zinne seiner burg einen seiner leute auf wache stehen der mußte wenn sich jemand nahete sei es ritter oder kaufmann oder sonst ein reisender mit einem silbernen glücklein ein zeichen geben dann stürzte fischoff mit seiner rotte aus der burg herunter über die armen her dabei hatte er eine gewohnheit die war folgende wer sich ihm widersetzte der wurde ohne gnade niedergestoßen wer aber sein leben erhalten wollte der mußte ihm fortan dienen den rittern und landleuten der gegend war sein druck am ende unerträglich geworden und sie taten sich daher einstmals ihrer mehr den zehntausend mann zusammen und belagerten ihn in seiner burg allein er verspottete und verhöhnte sie und als sie den mauern sich naheten goss er siedendes wasser öl blei und pech auf sie also daß er sie zur hälfte tötete und die andere hälfte die flucht nahm den fliehenden setzte er nach und er nahm alle die er einholen konnte gefangen die sperrte er in einen großen hundestall den er ansteckte so daß sie samt und sonder jämmerlich verbrannten nach diesem war er sehr übermüthig geworden und befahl seinen leuten daß sie ihn als ihren herrgott ansehen und verehren sollten denn er könne auch alles was er wolle wie der liebe gott das war aber sein verderben denn als er desselben tages mit seinen genossen zu tische saß und mit ihnen am zechen war und nun allen unerwartet das silberne glöcklein zu läuten anfing da verzerrte er auf einmal gräßlich die augen seine rothen haare stiegen ihm zu berge und indem er einen gotteslästerlichen fluch ausstieß versanken unter donner und krachen der berg und die burg tief in die erde hinein so daß man an ihrer stelle nur den trüben sumpf sah der noch jetzt da ist dies war am johannistage wenn man an einem johannistage um die mittagszeit an dem sumpfe vorbeigeht so kann man tief im grunde desselben noch jetzt das silberne glöcklein läuten hören es war sich aber jeder davor denn man sagt wer das glöcklein höre der müsse noch in dem selben jahre sterben wenn er nicht mit dem teufel im bunte stehe Ende von Abschnitt 26